Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Minecraft Lucky Block Kang. Heute mit 8 Leuten eine XXL Runde mit Elina Nummer 1. Hallöchen. Hallo. Hallo, mit Baukasten, mit Dönerröschen, mit Knicklöchchen, Baumwasserchen, Nature Boy und Kalli. Und wir haben jede Menge cooler Inseln, Leute. Die Doctor Who Insel ist neu reingerückt, wollte ich sagen. Wir haben Bücher. Das heißt, bevor wir loslegen, Leute, ich erkläre später natürlich auch nochmal die Regeln, müssen wir erstmal die Inseln zulosen. Jeder bekommt eine Insel. Elina, sag mir mal bitte die Zahlen von 1 bis 8. 7. Die 7, okay. 3, 6, 7. Die 5, ja. 3. Oh, ich habe das Buch vertauscht. Hat keiner gesehen. 3. 2. 2. 8. 8. 1. 1. Jetzt hast du die 4 und die 6 noch. 6, 4. 6, 4. Alright, alright, alright. Wir legen los. Nein, heute machen wir es mal anders. Das erste Buch kriege ich heute mal. Hoffentlich ist das keine Enttäuschung. Ich kriege Hypnosis. Oh, war das das Richtige? Nein, ich kriege Spiral. Ich habe mich verdrückt. Leute, erstes Buch ist Spiral. Dann, das heißt, Kali kriegt die Hypnosis. Nature Boy kriegt die Ender. Baumwasschen kriegt die Preston. Dann Knicklischchen bekommt die Water. Dönerröschen bekommt die Doctor Who Blöcke. Baukasten bekommt die Astralblöcke. Und Elina hat die Emeraldblöcke übrig. Wo ist meine Insel? Welche hatte ich nochmal? Spiral. Da bin ich ganz zufrieden mit. Wir haben hier diese 3 Cases, Leute. Die sind ganz cool. Und natürlich jede Menge Lucky Blocks. Heute mal das Special, dass wir nur neue haben. Also fast nur neue. Bin mal gespannt, was da so schönes rauskommt. Wenn ihr mehr Folgen haben wollt, nicht vergessen. Like-Button mal kräftig flanken. Ja, ich beobachte euch. Flankt den Like-Button, wenn ihr mehr sehen möchtet. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Lalalalalala, let's go. Hier hat niemand gesehen. Der hat nämlich schon Sachen geöffnet hier, der Schlingel. Eigentlich müsste man ihn disqualifizieren. Elina, machen wir Crossteaming? Ja, Mann. Nice, Alter. Lass mal Crossteam. Aber Elina, das ist eigentlich verboten, deswegen bist du disqualifiziert. Oh, Mann. Das war nur ein Spaß. Okay, wir haben die 3 Tools. Wir aktivieren mal alle 3 gleichzeitig. Mal sehen, was wir schönes rausbekommen. Okay, wir haben bekommen. Ankommen, kommen, ankommen. Beides scheiße. Resistance 2, Speed. Okay, wir nehmen Resistance 2 und Speed beide. Okay, den können wir... The 4th Edition Case Loot. Okay, den können wir wegschmeißen. Wobei Speed, möchte ich Speed überhaupt? Ich glaube, ich möchte Speed gar nicht. Aber Resistance 2 ist ganz geil. Okay, wir beginnen mit den Lucky Blocks, Leute. Wir haben eine Furious Pickaxe. Wir haben einen Rucksack. Wir haben Ananases. Und wir haben hier ganz nice Lucky Blocks, die wir jetzt hier mal rausschnappen. Okay, wir beginnen. Black Panther. Ähm, okay. Schon mal richtig beschissener Job. Deadpool. Da haben wir... Oh. 5 bis 30 random. Aua. Das kann One-Hit töten. Okay, wenn man da Glück hat. Elina, willst du es wirklich drauf anlegen? Ja, will ich. Okay, BAM. Ja, Elina, du solltest nicht mit mir... Ich habe ganz viele Beacons bekommen. Elina, weg mit dir! Ey, Mama. Von meiner Insel. Mein Sponsor. Ja, der ist so... Alter, du hättest mir fast Neter-Stern geklaut. Verschwinde von meiner Insel, Elina. Oder ist... Oder ist... His Shepherd, do you? Jetzt cheatet sie auch noch im Game-Mode. Alter. Oh. Elina. Ach, du siehst das wahrscheinlich nicht, ne? Oh, Quartel. Ich habe... Oh, guck. Was ist das? Ich habe das Lifestyle-Sword. Oh, nee. Und das ist ziemlich stark. Okay, wir haben hier ein... Bats Blade. Alter, ich habe das... Ich habe das Fledermaus-Schwert von Batman. Aber das ist leider nicht so stark, Leute. OP-Gold-Äpfel nehmen wir. Ein Goldblock. Ja, nehmen wir auch. Bauen wir mal ab. Oh, ich habe auch so sehen, Spyroll aktiviert, Leute. Das war nicht mit Absicht. Aber wir gucken mal. Jawohl, ein Shootingstar. Let's go. Wir haben zwei. Okay, gut. Wir machen weiter. Wir haben eine jede Menge Blöcke hier. Nein, Cat, Leute. Da kommt Notch raus mit einer Eisenrüstung, die wir uns hier mal komplett anziehen. Den Helm, Leute, würde ich sagen, gönnen wir uns auch mal. Gibt der Helm eigentlich Rüstung? Habe ich uns keine Blöcke gegeben? Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ähm, okay. Dann, Leute, Risiko. Wir bauen uns einfach mit Lucky Blocks hoch. Das sollte ja gehen, genau. So, gib mir hier ein Potion. Das waren zwei. Ich habe es genau gesehen. Auf den... Oh ja, hier zwei. Okay, wir haben bekommen. Poisonous. Direktschaden, fünf. Nice. Und Abbauliebung, fünf. Okay. Jetzt müssen wir diese Teile hier abbauen. Zack, zack, zack. Okay, gucken wir uns an. Was haben wir bekommen? Jokestar, fünf Damage. Da fängt es instant an zu regnen. Regentanz machen. Fightersword, 24 Damage. Und Ragnarok, extremely fast. Hört sich interessanter, Leute. Wir testen mal. Elina versteckt sich gerade. Dann machen wir hier am Nature Boy. Versteckt mich nicht. Alter. Okay. Das ist... Okay. Haha. Ich glaube, das ist ein bisschen OP. Nice. Okay, gut. Adventure Time. OP Goldäpfel. Da haben wir jetzt schon einige Leute. 13 Stück. Wir machen weiter mit den Wonder Woman. Vielleicht eine nice Rüstung. Ein Blade of Proless. Oder Proless. Okay. Hulk müsste das sein. Legendary Dagger. Ich kriege voll nice Waffen, aber weil ich schon dieses... Oh Gott, wie ich aussehe. Aber weil ich schon dieses 1 OP Schwert habe, bringt mir das ja gar nichts, Leute. Die Bagger Rüstung. Let's go. Wie nice die aussieht. Okay. Wir haben außerdem noch hier diese Blöcke. Was haben wir noch? Oberwatch haben wir. Da ist ein... Okay. Das ist ein Raketenwerfer. Ich töte nicht mal ein Schaf da mit One-Hit. Wegsch... Nein! Ich wollte den Raketenwerfer wegschmeißen und habe aus Versehen einen Lucky Block weggeschmissen. Oh Mann, Leute. Hat keiner gesehen. Ich kriege schon wieder Goldäpfel. Oh, mein dritter Neter-Stern. Sehr cool. Okay. Wir sind schon durch, Leute. Mein Gott, das ging ja schnell. Die ersten sind schon in der Mitte. Und er hat Phantasia bekommen. Fuck, Leute. Ein Esel. Ein Esel ist nicht das, was ich jetzt brauche. Ich brauche Blöcke. Ein Spiral... Oh, ein Fortifying Spiral Lucky Helm. Das ist ja nice, Leute. Okay, Leute. Wir brauchen irgendwie Blöcke. Vielleicht kann ich ja hier, wenn ich die Blöcke abbaue, müsste das ja... Elina, was hast du gemacht? Ich habe was, dass ich meine Spitzhacke wirklich besucht habe. Oh nein, die ganze Mitte ist weg. Oder ist mir nur noch runtergefallen. Ja, die haben übelst gegeiert, ey. Das ist unerhört, Leute. Wir müssen ja auch in die Mitte. Let's go. Also, blockmäßig haben wir von der Mitte leider nicht viel bekommen. Aber wenigstens haben wir noch mal ein paar Brunnen hier aktivieren können. Oh, hier ist auch noch mal jede Menge, Leute. Mitte war leider nicht so erfolgreich heute. Also, war mein letztes Mal besser. Aber man kann ja nicht immer Glück haben. Spitzhack, okay. Dias-Schuhe. Ein Villager. Spy-Resort brauchen wir nicht. Zauberstab. Okay. Wir brauchen noch Hose und Schuhe. Perfekt, Alter. Der hat die Schuhe. Und wir haben Dias aus der Mitte. Hat sich die Mitte doch für uns gelohnt. Gehen wir mal die Schuhe her, mein Guter. Dankeschön. Die Super-Porsche nehmen wir auch. Die Super-Anlucky-Porsche nehmen wir auch. Und den Zauberstab nehmen wir auch. Können wir uns ja alles leisten hier. Jetzt sag rücke mal raus. Ein Triple-S... Oh, das ist der Bogen, Leute. Und ein Pfeil. Geil. Ähm, das kann weg und das kann weg und das kann weg und das kann weg und das kann weg. Ah, nee, jetzt nehme ich die... Nee. Ah. Ich habe den zweimal. Plus 100. Okay. Lass mal ausprobieren. Hat der Unendlichkeit? Ja, der hat Unendlichkeit. Und Nature Boy. Hohoho. Leute. Meine Insel ist weg. Hä? Mein Pfeil ist weg, obwohl der Unendlichkeit hat. Ich wurde komplett... Kompl... Oh Gott, was sollst du denn da bekommen? Ich wurde komplett verarscht einfach. Wieso? Du bist nicht bei mir. Ich sehe deinen Namen nicht. Ich bin bei mir selber, aber irgendwie ist hier Phantasia-Erz gedroppt. Oh, hier an der Mitte auch. Let's go. Ich brauche mich aber mit Emeralds rüber, Leute. Wir haben ja keine Zeit. Jawohl, Alter. Ich weiß nicht, wie das hier hingekommen ist. Oh, ich hätte fast mal Sirius weggeschmissen dafür. Nice, Alter. Haben wir noch mehr Phantasia hier? Ähm, hier baut sich jemand. Ich höre jemanden. Oh Gott, das ist, ähm, ein heftiges Leimarmee. Hier ist jemand, Elina! Auermann! Haha, Kallis Insel ist irgendwie ernüchternd. Okay, ähm, was brauchen wir denn nicht hier? Erde werden wir wohl eher nicht brauchen. Ähm, okay, wir gehen zurück zur Insel, Leute. Aber hier scheint es... Elina, du bist schon wieder auf meiner Insel. Ich hab das doch schon wieder gesehen, Alter. Was ist denn los mit dir heute? Ich brauche... Benutz deine eigene Insel. Ich lasse keine Merkbocken mehr. Ja gut, das ist dein Problem. Ich weiß. Ach du... Damit ist meine Insel auch weg. Oh, das verschwindet ja jetzt wieder. Oh nein, es fließt die Lava überall. Nicht die Lava. Okay, meine Insel ist damit offiziell abge... Wow! Elina, du bist ja so... Du baust dich von meiner Insel zur anderen Insel, ey. What the fuck? Das ist ja krank. Ich gönne mir jetzt den Weg, Alter. Ich brauche jetzt Blöcke bei dem ab. Elina, hör auf, ich lasse... Ohohoho! Cross-teaming vom Fall. Hier liegen Potions, Alter. Jetzt gehören sie mir. Jawohl, ey. Ich brauche jetzt einfach die Blöcke ab, Alter. OP! Nice, ich hab... Ich hab Devilium-Gems. Das klingt mega OP. Als ob... Elina, als ob du jetzt ein Spawn hier gesetzt hast, Alter. Nee, ich habe hier nur zwei Sachen gegraftet. Nice, Alter. Ich räum die Insel hier grad voll ab, ey. Ich weiß gar nicht... Der checkt es gar nicht, dass wir seine... Oder... Ich weiß, wir teamen ja nicht, aber... Das ist seine Insel hier grad. Ich hab ein Endium-Sword, ein Ender-Cris... Ich hab das radioaktive Schwert von ihm. Ich hab ein Devilium-Sword. Ich hab... Ich hab Devilium-Erze. Ich hab ne Menge Stuff da grad bekommen. Äh, Leute, Lapis brauchen wir nicht so viel. Da muss ich meine Spitzhacke, Leute. Gebt mir doch mal hier meinen Rucksack. Und dann geben wir die Spitzhacke, genau. Ähm, ich brauche nämlich Gold, Leute. Ihr wisst genau für was. Und ich brauche Emeralds. Hab ich aber genug? Da liegt Phantasia! Wo? Dö, dö, dö. Ähm, äh, ich mein, ähm... Äh, nee, hab mich verguckt. Äh, Fehlalarm. Nice, dass ich hier alles auf dem Bund des Meeres... Auf dem Boden des Meeres finde, mein ich. Geil. Wir haben nochmal drei Phant... Vier Phantasia-Blöcke hier gefunden. Okay, Leute, folgende Sachen hab ich hier am Start. Wir haben... Also, Spiral ganz viel. Wir haben Phantasia-Hose. Phantasia-Backup, falls da was... Wobei, das ist eigentlich sinnlos, dass ich das gecraftet hab, weil das eh... Ich glaube, wir machen mal den hier. Ähm, und wir können ja da nochmal tauschen. Wir haben einen Bogen. Wir haben ein paar Tränke. Wir haben das Lifestyle-Sword. Wir haben Sirius, was uns Regeneration gibt. Wir haben einen Haufen Potions. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen uns mal hierbei so negative. Die sind eigentlich besser. Hier so genau. Und, ja, Leute, wir legen einfach mal los. Der Chris steht da rechts. Wir sagen, wir greifen Chris an. Warte, Elina, was geht denn auf deiner Insel? Bin ich nicht. Achso, wir müssen aber nun zu beim Explodieren hier. Ich versuch, ihn mit einem Trank zu eliminieren vielleicht. So. Und... Go! Ich hab ihn getroffen. Er hat überlebt. Wie geht das denn? Holy shit, Leute. Er hat mein Illuminati-Schwert. Okay, das ist tatsächlich nicht so geil, dass er das überlebt. Einfach so. Elina, 29 Tode. Haha. Ja, Leute, wir haben keine Chance gegen den. Da will ich meine Rüstung jetzt nicht kaputt machen gegen den. Das ist nicht so geil. Wie hoch ich springe, Alter. Let's go. Uncool. Chris ist unsterblich. Den müssen wir uns für später... Elina! Ach, das bist du. Ach, Mann. Das war aber eine nice Kombus. Tut mir leid. Okay. Leute, wir greifen an. Aber wen greifen wir an? Lebt... Okay, einer ist schon gestorben. Warum hast du dich nur schon tot? Da schießt irgendjemand. Mit einer Bazooka. Oh, gerade so gerettet nochmal, Leute. Hui. Illuminati-Überraschung. Nein! Als ob er mich runtergeschlagen hat. Kuckuck. So will ich das hören. Weg, nein. Bitte. Haha. Das Problem ist, ich komme eh nicht zu dem Biegen. Ich habe keine Blöcke. Oh, doch, da oben ist er ja schon. Geh weg, Elina. Bitte, bitte. Tut mir leid, Elina. Wir dürfen nicht teamen. Ist verboten. Elina, denk gar nicht dran, Alter. Ich gehe weg von meiner Insel. Haha. Tut mir leid, Elina. Aber die anderen sind alle so OP. Okay, Leute. Wir probieren jetzt mal die anderen. Aber da ist irgendjemand. Was hat... Oh, Kali hat eigentlich nicht so kranken Stuff. Ich weiß gar nicht, wo seine Insel überhaupt ist. Er geht nicht down, Alter. Ich habe ein Illuminati-Schwert. Holy shit. Wow. Was war das? To sie. Baukasten. Ho, ho, ho. Ist er raus? Ich habe ihn sofort wegge... Er hat keinen Biegen mehr. Zumindest sehe ich keinen mehr. Oh, er ist raus. Er ist raus. Leute. Okay, das ging ja schnell. Da baut sich irgendjemand mit Emerald hoch. Den Örissen baut mein Biegen ab. Du Sau, Alter. Aber nicht mit mir. Ja, ich habe nämlich deinen auch abgebaut. Boom. Oh Gott, hier kämmt Kali. Und tot. Okay, damit müsste Kali, glaube ich, raus sein. Glaube ich. Und Jonas hat keinen Biegen mehr. Ich habe jetzt aber auch keinen Biegen mehr. Oh shit, Leute. Oh ja, Kali ist raus. Okay, cool. Ich brauche irgendwas, um mich retten zu können. No Knockback, Mann. Das wäre so geil. Nein, ich bin so dumm, Elina. Oh nee, man kann nicht mehr fliegen. Ups. Ich dachte, ich bin voll dumm, weil ich kann ja fliegen. Aber man kann gar nicht mehr fliegen. Seine Rüstung ist, glaube ich, teilweise kaputt gegangen. Aber er gibt mir bessere Hits. Weil er Low Ground hat. Noch ein Rüstungsteil. Noch ein Rüstungsteil. Noch ein Rüstungsteil. Wieso geht denn der nicht down? Er geht nicht down, trotz Rüstung. Nein! Wie hat er das überlebt? Oh, Bazooka. Ja, damit hat Jonas gewonnen. Oder hat er noch seinen Biegen? Nee. Ja, Glückwunsch, Jonas. GG. Das war... Mit der Bazooka, Alter. Ja gut, so kann man natürlich auch gewinnen. Leute, ich hoffe, euch hat das Battle gefallen. Heute bin ich nur Dritter geworden. Aber naja, man kann ja nicht immer gewinnen. Flankt auf jeden Fall mal den Like-Button, wenn ihr mehr Episoden sehen möchtet. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.